Jo Freunde, was läuft, was geht, GambleJoy ist zurück, eine neue Folge. Ich bin heute wieder im Five Gringos, ich habe eine Balance von 5329 Euro. Ihr fragt euch wie, ich habe Legacy of Dead auf 25 Euro gespielt, weil ich es nicht sein lassen konnte, habe Freispiele bekommen, die konnte ich leider nicht aufnehmen, habe es irgendwie kaputt gemacht, war dann sauer, bin dann rüber in dieses Doghouse Multi-Holt, was wir letztes Mal gezockt hatten, habe es auch auf Maximaleinsatz gespielt und tatsächlich auch Freispiele geholt. Also hat sich das gelohnt, leider habt ihr die auf 25 Euro in Legacy jetzt nicht sehen können. Ich weiß auch nicht, ist wieder ein bisschen ausgerattet direkt bei mir. Ja, aber ist ja nicht schlimm, wir haben jetzt auf Maximaleinsatz in diesem Game, was ich jetzt für mich neu entdeckt habe, Freispiele auf 26 Euro. Let's go! Wir gehen rein, ich will ihn nicht lang schnacken und ich will hier auf jeden Fall die Verlängerung, wir brauchen Minimum drei Tatzen. Schon mal eine Hütte ist gut, jawohl. Ja, erst eine Tatze, wir brauchen noch zwei, komm, Tatzen, 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 das ist so enorm wichtig. Mach zwei Tatzen, 26 Eurofach, geisteskrank. Ja, sieht gut aus, aber wir brauchen zwei Tatzen in zwei Spins, komm, please, mach jetzt einfach zwei direkt, komm. Fuck, 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 fuck! 546, komm, zwei Tatzen, zwei Tatzen, zwei Tatzen, ich möchte nicht, nein, nein, oh, so schnell ist es dann auch schon wieder vorbei. Sind trotzdem 1225 Euro und ich hatte noch nichts verloren, großartig, sag ich mal. die sind auf 6.500 hoch aber ich hatte auch noch auf 25 Euro in Legacy of Dead Freispiele ein bisschen anderer Start als sonst ich möchte jetzt mal probieren ich weiß das ist Hardcore was ich hier mache vielleicht komme ich noch mal rein schade ey na ok auf 26 schnell rücken ist jetzt auch nicht so das Ding ja es hat nämlich alles so genervt mit Legacy dann bin ich da rüber gegangen und dann na das ist die Frage der geht mit Sicherheit nicht noch mal rein oder doch oder doch oder doch oder doch wenn er reingeht wie wäre das Klingen gewesen ja macht es zu Hause nicht nach ich spiele hier ordentlich heftig heute wieder das war auch alles so nicht geplant aber ich denke umso verrückter und nicer probiere jetzt hier noch ein bisschen sonst lasse ich das sein waren ja schon sind 1000 Euro jetzt gleich schon weg ja gut die Freispiele kommen seit 2600 Euro auf dem Einsatz das ist halt geisteskrank 166 spiel mit dem Feuer ich habe 2600 Euro Freispiele gekauft ich habe 2600 Euro Freispiele gekauft heute geht es ganz anders rein ich spiele auch natürlich noch andere Games aber das war jetzt wie gesagt ich habe es so gerade erklärt wie es lief da hat er mich gelockt ich hoffe da kommt jetzt irgendwas nice eine Tatze und eine Hütte war zu 2 und 3 einfach Hütten Hütten oben das ist gut aber jetzt erst 2 Hütten bitte oben boah nice nice drei Tatzen krass okay ich erinnere euch daran ich habe jetzt auch 2600 Euro ausgegeben ne wow okay die hält er fest ist gut unten links hier wäre eine wichtig okay die hält er auch fest auch gut ah fuck die oben links hält er nicht fest ja 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 oh mein Gott jetzt brauchen wir eine Tatze jetzt brauchen wir einfach nur eine Tatze und das Ding ist geritzt 1137 eine Tatze komm Tatze nur die Tatze ja jetzt haben wir es ich habe es auf 3939 Euro oh mein Gott oh mein Gott 5300 Euro schon und er macht er damit weiter Digga 1000 Euro okay Junge was ist das hier oben rechts ach so der hat ihn nicht festgehalten ich glaube schon okay nice hinten die blaue Hund auch super 5453 11000 Euro Freunde ich habe es geschafft nur weil ich sauer war oh eine Tatze hat gefehlt 12755 Euro auf 26 Euro wir haben es fast geschafft alle Felder voll zu haben und das waren so geisteskrank viele Hütten oh mein Herz alter Verwalter ei 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 ist das krank oder ist das krank oh ich habe es geschafft nice boah fast noch mal einen Bonus reingedrückt ja ich lasse lieber sein ich habe jetzt schon wieder wuuu ich habe schon wieder hier rumgedrückt wie sonst was wir spielen bis 15.000 noch einen Drücker und das war's Freunde ich habe das Spiel ja auseinandergenommen jawohl hat mega Bock gemacht falls ihr auch mal zocken wollt checkt die Links in der Videobeschreibung vergesst nicht Glücksspiel kein System man spielt bitte nur mit dem Geld was überhaupt man hat definitiv nicht immer so viel Glück haut rein macht's gut bis morgen Abo-Wünsche reinschreiben nicht vergessen macht's gut euer Gemidio tschau